Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Satoi Online. Maschinendeck wird versiegelt. Kein Kanalleffel. Hier spricht der Kapitän. An die gesamte Besatzung der USS Poseidon. Wir verlassen das Schiff. Wir geben das Schiff auf. Ich wiederhole, wir geben das Schiff auf. Wir geben sich zu den nächstgelegenen Rettungskapseln und Rettungshuttles. Das gilt auch für Sie, eure Jagen auf der Brücke. Haben Sie mich verstanden? Ausgenommen. Kommande Flores. Sauber. Gefreien. Und Kornas. Die bleiben noch hier. Verblieben. Sind die Transporter noch einsatzbereit? Bitte warten. Positiv. Gut. Die verbliebene Brücken krön. Zu den Koordinaten. Und jetzt ist die Kornaschiffbeam. Energie. Aufgeh perceber! Und unten! optimism. Säge. Aufgehceptionen. verfünkü newspapers. War is upon us. War is upon us. War is upon us. War is upon us. Piraten-Überfall, Captain. Okay, go! Feuer, Feuer, Feuer! War is upon us. 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 Okay. Away teams reporting in, sir. Heavy resistance and heavy casualties. War is upon us. We should help us. Herold! Go out! Good. 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 you dann du ja ich du ja du 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 wir haben einige energieverteiler deaktiviert aber im tag ist durch ein geht weg geflohen wir müssen wohl schaden verursacht haben um ihre aufmerksamkeit es ist fang warte 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 schon dabei wo lang wir müssen da dann da da Der nächste Verteiler. Mal abschalten und gucken, was passiert. Na, das füllen wir doch gleich mal aus, würde ich sagen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Mit ihrer eigenen Energie zu empfehlen die Gangpläne. Die Umgebung ist sicher. Und die andere Interface ist gerade dort. Noch mehr Reinforcement, Sir. Ich habe eine dritte Junktion vor. Leute, lass mich mal raus hier. Ja, aus der Brücke. Sollten sie noch mehr. Woher sollst du kommen? Gut. Ja, ja. 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 Schau wieder. Ja. 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 Du bist nicht magisch, und ich bin der Schreiber! Bist du da ganz sicher? Im Terror? Ich bin der Schreiber! Ich bin der Schreiber! Ich bin der Schreiber! Anfänger! Anfänger! Wird die Schreiber! Wir müssen die Schreiber! Was ich okay, meine Damen? Okay. Schalten wir das hier noch ab? Okay. Und weiter geht's. Ach ja. Krieg! Die Oberfläche hat vier Interface-Junktionen. Krieg bleibt immer gleich. Ich hab da so ein Gefühl. Das könnten wir hier ein bisschen mehr Feuerkraft brauchen. Sie werden uns alles entgegenstellen, was sie haben. Sie werden uns alles entgegenstellen, was sie haben. Und in 230 Jahren, Sie, meine Gewerkschaften, die mich zu retten, lassen Sie Sie in Ihren letzten Momenten komfortieren. Sie können nicht beschleunigen Gott. Nein. Wir versuchen es trotzdem. Das war schon. Okay. Dann schalten wir hier ab. Das ist das schon wieder tot, Mann. Oh Gott. Oh, wie geht's gut aus? Feuer! Es ist aber nicht schlafen. Aufstehen! So? Gut, der Programm wurde real initialisiert. So? So? Gut. 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 Naftalnde ganze Mensch. Für die Galaxie zu fern! Ich sehe jetzt klar, Ticket. Ich werde mit dir stehen. Und diese Geheimnisse werden für was sie getan haben. Kill sie! Kill sie alle! Fall zurück! Transporte, beam uns auf! Auf geht's! Diese Geheimnisse haben sicherlich gewonnen, und sie werden nicht vergessen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Der Großteil meiner Crew konnte sich in Rettungskapseln und Shuttles retten und wurde von der USS Farragut gerettet, auf der wir uns nun befinden, auf dem Weg zurück zur Vorschussinrichtung. Anschließend werden wir zum Raumdruck der Erde zurückkehren, um weitere Befehle abzuwarten und zu erhalten. Captain Noonien, Eintrag, Ende Sind in das Qiyana-System zurückgekehrt, Sir? Mehrere Führungs-Offiziere warten im Konferenzraum auf. Bestätigt! Captain Kedron? Der Großteil des ZDF, 2020 Wir mussten dieses Risiko eingehen, Captain. Wir konnten nicht auf die Waffe der Krellin warten. Und wir werden die Ikoniana besiegen. Captain G. Captain Noon? I don't think we have a choice now. We have to complete the Krenim device. Captain Cogren wants it online immediately, but this isn't something we can rush. Cutting corners with temporal mechanics? That's how you end up with unsolvable time paradoxes. Look, I'll do whatever I can, but I'm scared of this technology. Building it will be the greatest challenge of my career. But actually altering time? I'm not sure, anyone should have that much power. I understand your concerns, but it's our best option. Captain Harris? I want to personally commend you. Whatever success we had in this mission was thanks to you. The Ikonians have lost their leader. Their unity is broken. That... That might give us an opening to end this war. The cost though... All those people... I can't help but feel that I failed them. Sie dürfen sich keine Vorwürfe machen, Captain. Sie kannten die Risiken und waren bereit, sie in Kauf zu nehmen. Bereit? Mich aufzubiemen? Ins Shuttle? In the game. Our losses were great today. And we will mourn for every hero who died defending their galaxy. I am a warrior. I believe in honorable combat, direct tactics, and looking my enemy in the eye. Although you did manage to destroy Matara and break the unity of the Iconians, I now see that we cannot use traditional combat to defeat them. Captain Nog and his team will continue their work on the weapon. It may be our only option. Okay. Das mag so sein. Gut. Wir werden weitermachen wie bisher. So, und hier nehmen wir natürlich die Delta-Allianz-Verstärkungsparker. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Gefahr irgendwie gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Computer-Logbuch des Käpt'n. Nachteil. Bis hin zum Raumdok. Der Sternflotte ist zurückgekehrt. Und erwarten wir unsere neue Befehle. Das war ein Krim. Computer-Logbuch des Käpt'n. Nachteil. Computer-Logbuch des Käpt'n. Nachteil. Nachdem meine Crew nun einen Monat lang auf verschiedenen Positionen im Bereich der Erde gearbeitet hat, wurde uns nun von Admiral Krim ein neues Schiff zugeteilt. Ein Schiff der Odyssey-Klasse. Die USS Pathfinder. Dies ist mein erster Eintrag als der Käpt'n. Schon bald werden wir uns auf eine neue Reise begeben und hoffen, dass dieses Schiff uns genauso gut dienen wird, wie es die Poseidon getan hat. Dieses Schiff wird uns nun unser neues Zuhause sein. Eintrag Ende. Computer-Logbuch der USS Pathfinder. Captain Union Nachtrag. Dieses Schiff ist gigantisch. Die Größe der Brücke ist einfach nur beeindruckend. Nachdem die ersten Testflüge erfolgreich absolviert wurden, ist das Schiff nun bereit für den Einsatz. quer tief du schiff kannst. Genau. Eine schönste Schiff wäre. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020